willkommen zurück zu einem neuen part von case and the wild masks wir waren immer noch im zweiten level stehen geblieben oder in der welt 2 jetzt sind wir bei kürbis haufen und da gehen wir jetzt mal rein danach kommt auch schon der boss so wie es aussieht die das schon sehr nach halloween aus ah ok das ist auch cool aber mega cool wir haben ja so ein geheim versteckt sehr sehr schlau sammler alle geste alle habe ich natürlich nicht einfach kassiert aber bleibt doch noch länger das ist doch schön und wir sind buchstabend sehr das ich habe doch gedrückt wauw wauw Wow! Baut! Halt! Nein! Was? Ich habe einen anderen Buchstaben jetzt nicht. Oh mein Gott. Das war der Knapp, ey. Das sollte ich fühlen, was Siemens Dankeschön, ah schon, du bist der Sohn, genau, da war doch was. Wow. Ah. Das ist ja irre. Ah. Ah. Da fehlt noch was. Doch nicht. Und ich habe nur ein Ding gefunden. Okay. Also da fehlt definitiv noch einiges. So, hier haben wir auf jeden Fall den nächsten Buchstaben. Und ich habe gerade mal Ausschau oben an den Ranken, aber ich sehe aktuell nichts. Oh Scheiße. Hä, da war das Portal. Was? Und das habe ich nur zufällig entdeckt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ey. Ich habe zufällig gefunden das Portal. Irre. Ah, der Knapp ist nicht mehr da. Und die Sauerkte nochmal. Ich habe noch mal. Oh Gott. Oh Gott. Ja, geschafft, alles, alles 100%, perfekt, Hammer, he, 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 ja, da musste ich auch drüber schmunzeln, ihr habt das zufällig gefunden, es war schon heftig. Ah, warte mal, wir haben noch ein Bonuslevel zu öffnen, jetzt haben wir ja alles, wir erfüllen ja jetzt alle Voraussetzungen, wir wollen ja alles freispielen in dem Spiel. Ah, oh mein Gott. Nein. Scheiße, das ist übel jetzt. Ja. 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 Nein! Bitch. Oh mein Gott. Jawoll. Gab ihn. Wahrscheinlich muss ich in seinem Gesicht ziehen. Oh, mit Wind. Oh mein Gott. 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 da kommen die tiere wieder zurück sieht man mit der tiere tatsächlich da kommen die tiere wieder auch in dieser region haben wir das böse in die flucht geschlagen mega level abgeschlossen kein schaden alles geschafft top also haben wir auch in level zwei alle 100 prozent alle 100 prozent und das war die erste region hier haben wir alles das ist unten gleich aufgelistet so hier haben wir auch alles ja perfekt so gehen wir mal weiter mal gucken was uns hier erwartet giftige gezeiten das klingt doch mal sehr interessant so leute beim nächsten mal geht es hier weiter mit fühl den fluss ich bedanke mich recht herzlich dass ihr mir zugeschaut habt wenn euch dieses video gefallen hat das gerne daumen da und für die weiteren projekte auch gerne ein abo ich freue mich auf euch und über jede unterstützung in dem sender bis zum nächsten mal bleibt gesund und ich sag mal ciao